Das war so, ich hatte selber mal eine Geschichte geschrieben, das war eine ganz kurze Geschichte bei zehn Seiten. Hier habe ich an Toren, habe mir einen Sprecher, der das spricht, da habe ich Musik dazu geschrieben und das Sounddesign, oben unsere Menschen und da haben sie gesagt, ich bin unter anderem Theww-Atlantik. Vielen Dank.